Thun Enges, die berühmteste Steinfestung auf Aran aus der Eisen- oder Bronze-Epoche. Auf einer überhängenden Klippe 100 Meter über dem Meer, an strategischer Stelle bilden vier halbkreisförmige Steinwellen von unterschiedlicher Dicke eine wehrhafte Verteidigungsbastion. Die Entstehungszeit datieren Archäologen auf das 8. Jahrhundert vor Christus. Die 5 Meter dicke Trockensteinmauer steigt bis zu einer Höhe von 5,5 Metern auf. Durch die grandiose Fernsicht konnten Feinde frühzeitig erkannt werden. Schmale Durchlässe und Wehrgänge dienten der Verteidigung. Der Zweck dieser Steinplattform im innersten Bereich des Thuns, direkt am Klippenrand gelegen, ist nicht bekannt. Die spanischen Reiter, eine wirre Ansammlung von Steinblöcken, sie bilden außerhalb des Fragments der dritten Verteidigungsmauer einen Gürtel von 15 bis 38 Meter breite. Die chaotische Anordnung der Steinblöcke sollte verhindern, dass die Angreifer die Festung erreichen konnten.